Ich wohne jetzt seit sechs Monaten in Deutschland. Meine Wohnung hier ist sehr schön, groß und hell. Ich habe drei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Meine Wohnung in Japan ist nur sehr klein. Hier in Deutschland habe ich drei und achtzig Quadratmiete. Achtzig. Achtzig. Drei und achtzig Quadratmiete. Das ist fantastisch. Leider habe ich keinen Balkon. Das finde ich nicht gut. In Japan hat jede Wohnung einen Balkon. Ja, und das Badezimmer in Deutschland ist nicht schön. Die Toilette und das Bad sind zusammen. Zusammen, together. Das gefällt mir nicht. This I don't like. Okay. In Japan gibt es die Toilette und das Bad immer extra. In Deutschland schläft man im Schlafzimmer, isst im Esszimmer und wohnt im Wohnzimmer. In Japan machen wir alles in einem Zimmer. Alles, everything. We do everything in one room. Wir schlafen, wohnen und essen in einem Zimmer. Genau.